Sei in dieser Dunja wie ein Fremder oder ein Reisender. Es sind wenige und kurze Worte, die er sallallahu alaihi wa sallam darüber verloren hat. Aber sie sind sehr tiefgreifend. Wieso wählte der Prophet das Beispiel mit der Reise? Nun ja, wenn man vorhat, eine Reise zu machen, wie wird man da vorgehen? Zuallererst wird man sich gut vorbereiten, sich informieren, was man alles mitnehmen sollte. Den eigenen Koffer packen. Man wird nur das Nötigste mitnehmen. Kein Mensch nimmt sein ganzes Zuhause mit. Und dann begibt man sich auf die Reise, in dem Wissen, dass man bald wieder zurückkehren wird in das eigentliche Leben. Wenn wir dann in unser Hotelzimmer absteigen, niemand von uns wird anfangen, das Hotelzimmer zu dekorieren oder die Wände in einer anderen Farbe zu streichen. Wieso? Weil es eben nur ein vorübergehender Aufenthaltsort ist. Diese Einstellung, diese Sichtweise, diese Metapher möchte uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam näher bringen. Ist das Leben nicht auch wie eine Reise? Doch ist es. Es ist eine Reise ins Jenseits. Eine Reise zum Allmächtigen. Jedem von uns ist bewusst, dass das Leben kurz ist und dass das wahre Leben erst mit dem Tod beginnt. Aber manchmal bauen wir uns trotzdem ein Leben auf, als ob wir ewig in dieser Dunja leben würden. Als ob es eine Reise wäre, die nie enden würde. Heißt das, wir sollen unsere Wohnung nicht einrichten oder dekorieren? Nein, natürlich nicht. Aber vergessen wir nicht, dass wir Reisende sind. Wir sollten unser Herz nicht daran festhängen, als ob wir ewig in dieser Welt leben würden. Ibn Rajab sagte, dieser Hadith lehrt uns, dass wir die Hoffnung nicht in dieses Leben stecken sollen. Denn der Gläubige darf dieses Leben nicht als einen Ort nehmen, in dem er sich wohlfühlt. Ein Wanderer packt nur das ein, was er tragen kann. Und was absolut notwendig für seine Reise ist. Denn je mehr er einpackt, desto mehr hat er zu tragen. Und umso schwieriger wird seine Reise werden. Ibn Rajab sagte auch, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschuf, gab er ihm und seiner Frau das Paradies. Dann wurde ihm das Paradies verwehrt und sie haben sich versprochen, zusammen mit ihren rechtschaffenen Nachkommen dorthin zurückzukehren. Daher sehnt sich ein Gläubiger immer danach, in sein ursprüngliches Zuhause zurückzukehren. Unser ursprüngliches Zuhause ist Janda. Dort werden wir uns wohlfühlen. Dort werden wir uns sicher fühlen. Du bist hier auf einer Reise in Richtung Janda. Also vergewissere dich, dass du dein Ziel erreichst. Verschwende deine Zeit nicht, damit unnötigen Dingen nachzuhören, die dir deinen Weg zu deinem Zuhause erschweren.